Manchmal gehen Sachen schneller als man denkt. Ich bin gefragt und ob ich nicht zur Larko Pro Serie mal Videos machen konnte und ich habe gesagt, zu Larko habe ich schon eine ganze Menge gemacht und die Pro Serie ist doch sehr ähnlich. Drum wollte ich das Video eigentlich nicht machen. Nun hat es sich ergeben, Larko hat mir zwei Uhren der Pro Serie geschickt und selbstverständlich mache ich auch ein Video darüber. Hallo und willkommen bei Watchmaxs Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute soll es gehen um Larko und zwar ganz speziell um die Pro Serie von Larko, die sich dadurch auszeichnet, dass man seine Uhr weitgehend komplett selber konfigurieren kann. Larko hat mir dankenswerterweise zwei Modelle der Pro Serie zur Verfügung gestellt, die viele der unterschiedlichen Optionen abdecken. Alle geht überhaupt nicht, denn ich habe es mal für mich durchgerechnet. Es sind nach meiner Rechnung über 2000 Kombinationsmöglichkeiten, die man über das Larko Pro System sich zusammenstellen kann. Ich habe hier zwei aus dieser großen Vielfalt und trotzdem denke ich, dass diese beiden Uhren zu einem Großteil zeigen, was möglich ist. Selbstverständlich werde ich euch auch weiterhin sagen, was alternativ gemacht werden kann. Hier haben wir zum Beispiel die Fliegeruhr mit dem Modell B, Beobachtungsuhr B und die andere Variante ist die Fliegeruhr A ohne den innenliegenden Stundenring. Das sind also schon mal die ersten beiden Unterscheidungsmöglichkeiten. Und wie ihr sehen könnt, ist das linke Häuse gebürstet und das rechte ist sandgestrahlt. Das sind zwei weitere Unterscheidungsmöglichkeiten. Ihr könnt, wenn ihr genau hinschaut, sehen, dass die linke kein Datum hat, die rechte aber sehr wohl. Das sind einige der möglichen Unterscheidungen. Ich werde im laufenden Video noch sehr genau darauf eingehen, welche Unterscheidungen es im Detail gibt. Vorher schauen wir uns die Uhren aber gerne noch mal etwas genauer an. Ich werde nicht zu den Uhren jede einzelne technische Daten durchgeben. Das könnt ihr gerne nachlesen. Es sind zwei verschiedene Uhren und es soll ja auch kein reines Technik-Video werden, wo ich bloß die Daten runterlese. Das fände ich ein kleines bisschen schade angesichts dieser wunderschönen Uhren. Hier haben wir die B-Uhr mit dem gebürsteten Gehäuse und hier haben wir die Beobachtungsuhr A mit dem sandgestrahlten Gehäuse. Und hier könnt ihr eine weitere Unterscheidungsmöglichkeit sehen. Die B-Uhr hatte einen geschlossenen Gehäuseboden. Hier haben wir einen Boden mit Glasgehäuse. Auf den Seitenflanken ist die alte Versorgungsnummer eingraviert, die auf die Fliegeuhren gehört, FL 23885. Vielleicht kann man es hier etwas besser sehen. FL 23883, ich habe mich vertan. FL 23883. Wie gesagt, geschlossener Stahlboden, Glasboden ist eine weitere Differenzierung. Die Uhren gibt es, auch wenn sie hier beides Handaufzugshuhren sind, sowohl als Handaufzugshuhr als auch als Automatikmodell, sodass wir zwei weitere mögliche Kombinationen haben. Weiterhin gibt es die Werke in der Standardausführung und auch dekoriert, wie wir es hier sehen, sodass ich auch hier sowohl bei den Automatik- als auch bei den Handaufzugshuhren eine weitere Möglichkeit gibt, sich seine persönliche Uhr zu individualisieren. Die Uhren gehen los bei 850 Euro und gehen, wenn man jede erdenkliche Option wählt, bis auf über 1600 Euro. Schauen wir doch mal, wie die Uhren an meinem Handgelenk sitzen. Dafür muss ich meine Dekla abnehmen. Ein schöner Vergleich, denn die Dekla hat 40 Millimeter im Durchmesser, genau wie die mittlere Uhr, die aufgrund der Ziffernblattgestaltung aber deutlich kleiner wirkt und die rechte hat 43 Millimeter. Damit kommen wir zu einem weiteren Unterscheidungsmerkmal. Die Uhren der Pro-Serie gibt es in drei verschiedenen Größen, in 37, in 40 und 43 Millimeter. Jetzt an den Armen packe ich mir das 40 Millimeter Modell und das ist definitiv die Größe, mit der ich mich am wohlsten fühle, auch wenn ich sagen muss, dass die B-Modelle der Uhr nicht so ganz meins sind und ich auch bei einer Fliegeruhr ganz klar ein sandgestrahltes Gehäuse vorziehen würde. Von der Größe her ist das aber ganz eindeutig die Uhr, die meine Wahl wäre. Von der Gestaltung her müsste es diese sein. Eine A-Uhr mit Sandgestrahltem Gehäuse, das ist für mich wirklich der ganz typische und klassische Fliegeruhren-Look und ich mag auch das braune Band an der Uhr deutlich lieber als das schwarze. Das ist für mich, von der Größe abgesehen, eine ideale Kombination für eine Fliegeruhr. Selbstverständlich würde ich bei einer Fliegeruhr auch Handaufzug wählen, wenn ich die Wahl hätte. Kein dekoriertes Werk, einen schönen Stahlboden. Das wären so meine Möglichkeiten. Ebenso würde ich auf ein Datum verzichten. In der Pro-Serie bietet Larko an kein Datum, ein Datum mit einer weißen Datumsscheibe oder ein Datum mit einer schwarzen Datumsscheibe, wie wir das in dem Modell haben, was ich zuletzt gezeigt habe. Die Möglichkeiten der Datumsscheibe fallen weg, wenn ich mich dafür entscheide, die Krone auf die Linksuhrposition zu setzen, sodass wir zwei weitere Möglichkeiten der Individualisierung haben. Datum, Farbe der Datumsscheibe bzw. gegebenenfalls die Krone auf der linken Seite. Ich fasse nochmal zusammen. Zwei Modelle sind zwei unterschiedliche Varianten. Die Gehäusebearbeitung sind zwei weitere Varianten. Dann haben wir die Möglichkeit, das Saphir-Glas innen oder innen und außen entspiegelt zu haben, sind zwei weitere Varianten. Es gibt die Uhren mit geschlossenem Boden und mit Glasboden. Das sind zwei weitere Varianten. Ebenso gibt es die Uhren als Automatik oder als Handaufzugsuhr, wie wir sie hier haben. Nochmal zwei weitere Varianten und es gibt die Möglichkeit, das Werk verziert zu wählen oder Standard und in der normalen Version und in der Top-Version, sodass wir nochmal zweimal zwei weitere Varianten haben. Ich kann mich auch entscheiden, ob ich die Uhr mit Logo oder ohne Logo haben möchte. Auch das verändert noch einmal den Blick. Die Uhren gibt es in drei Größen, 37, 40 und 43 mm, sodass wir auch hier eine weitere Unterscheidungsmöglichkeit haben. Nach meiner Rechnung, und ich mag mich jetzt hier vertun, ich habe auch jetzt keine Excel-Tabelle da reingehangen, sind das über 2000 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, nach denen ich mir eine LACO Pro zusammenstellen kann. Ich denke, es wird bestimmte Kombinationen geben, die man häufiger antrifft, aber wer einen etwas ausgefalleneren Geschmack hat, auf bestimmte Sachen mehr Wert legt, kann durchaus zu einer Uhr kommen, die in der Konfiguration tatsächlich einzigartig ist. Und das finde ich eigentlich ganz charmant. Die B-Uhr, die wir hier sehen, ist, und das muss ich ganz ehrlich sagen, von der Ablesbarkeit her nicht ganz meins. Und mit 40 mm Durchmesser wäre sie zwar exakt meine Uhr, und auch mit 20 mm Bandanstoßbreite passen fast alle Bänder, die ich habe. Das ist insofern eine wirklich schöne Sache. Ihr könnt hier sehen, das Glas ist leicht gewölbt, finde ich wirklich schön gemacht. Das Saphir-Glas ist wahlweise innen oder außen entspiegelt. Und die Uhr ist bis 20 ATM wasserdicht, was ich sehr bemerkenswert finde, denn viele Fliegeruhren hatten nur 3 oder 5 Bar. Das ist eine Uhr, die man, wenn man es dem Lederband denn zuguten möchte, durchaus auch zum Sport oder Schwimmen tragen kann. Die von der Gestaltung her mich mehr ansprechende Uhr hat 43 mm im Durchmesser, einen Bandanstoß von 22 mm, das schöne Vintage anmutende Lederband, ebenfalls die Gravur der Versorgungsnummer, ein gewölbtes Saphir-Glas, ein verziertes Handaufzugswerk. Wunderbar. Und auch hier haben wir eine Wasserdichtigkeit von 20 Bar gleich 200 Meter. Die sehr griffigen Kronen sind in beiden Uhren verschraubt, was der Wasserdichtigkeit sehr zu Trage kommt und für mich auch immer ein ganz gutes und sicheres Gefühl gibt, wobei man natürlich die Frage sich stellen muss, ob das bei einer Handaufzugsuhr den Verschleiß erhöht. Ich persönlich denke nicht, aber da scheiden sich die Geister. Man kann ja auch, wenn man das möchte und das vermeiden möchte, die Automatikversion wählen und ist auf der sicheren Seite und muss die Krone entsprechend seltener auf- und zuschrauben. Schauen wir uns nochmal diese wunderschöne Uhr an. Also ich mag sie wirklich richtig gerne. Ich finde auch das Sandgestrahlte wunderbar. Und jetzt schauen wir uns doch mal die Zeigerstellung an, weil ich weiß, dass das für ganz viele von euch wirklich wichtig ist. Die Krone lässt sich übrigens mit Handschuhen hervorragend bedienen. Müssen wir nur warten, bis der Sekundenzeiger auf der 12 Uhr Position steht. Und dann können, jetzt habe ich es ein bisschen verpasst, das heißt, wenn gleich der Sekundenzeiger ein kleines bisschen missaligned ist, also nicht hundertprozentig ausgerichtet, liegt es daran, dass ich nicht hundertprozentig akkurat gestoppt habe. Und jetzt richten wir die Zeiger aus. Übrigens habt ihr gerade den Datumssprung gesehen, zwei Minuten vor zwölf, auch prima. Ja, wunderbar. Also absolut super top ausgerichtet. Die Zeiger stehen perfekt übereinander. Egal aus welchem Blickwinkel ihr guckt. Ich schaue mal, ob ich... Ja, man kann sogar ein kleines bisschen unter die Zeiger gucken. Nein, wirklich klasse gemacht. Sehr sauber gearbeitet. Und das sind Uhren, die schon so manchen Reisekilometer hinter sich haben. Und auch die Krone, wie ihr hier sehen könnt, verschraubt, sehr sauber. Kein Dreck, kein Staub drin. Man kann sogar das Gewinde glänzend sehen. Wirklich sehr prima, sehr sauber gemacht. Schauen wir uns an, ob das ein Zufallstreffer war oder ob auch die andere Uhr entsprechend gut gesetzte Zeiger hat. Auch hier ist die Krone perfekt bedienbar. Wirklich sehr gut, sehr griffig. Lässt sich mit Handschuhen völlig problemlos auf- und zuschrauben. Die Verschraubung, das Gewinde knarzt nicht, knirscht nicht. Man hat nicht den Eindruck, dass da irgendwelche Reste drin sind. Wirklich ganz, ganz sauber und wirklich wunderbar zu greifen. Na, jetzt nochmal, komm, das kriegst du doch hin. Zwölf Uhr, das sieht doch besser aus. Und jetzt die Zeiger wieder auf zwölf Uhr ausrichten. Und auch hier, ihr könnt den Stundenzeiger unten, unterhalb des Minutenzeigers sehen, wirklich top gesetzt. Und zu beiden Seiten der gleiche Überstand. Man kann auch hier ein kleines bisschen unter die Zeiger gucken. Nicht ganz so gut wie bei den 43 mm, wenn man ein bisschen weniger Platz zum Gucken hat. Aber top gesetzt, sehr sauber. Und das bei Uhren, die nicht für den Verkauf bestimmt waren, sondern die wirklich durch die Gegend geschickt wurden für Fotos, für Videoaufnahmen. Ich habe keine Ahnung, wie oft diese Uhren schon verpackt, verschickt wurden. Wie oft die von Paketbooten durch die Gegend geworfen wurden. Und dennoch, perfekt gesetzt, super, stärkt mein Vertrauen darin, dass man, wenn man eine solche Uhr bestellt, wirklich eine hervorragend verarbeitete Uhr bekommt. Wie insgesamt die gesamte Verarbeitung der Uhren mich richtig überzeugt hat. Wirklich richtig toll. Richtig toll finde ich übrigens auch das Nachtbild, was ihr hier seht. Das ist richtig der Knaller. Die leuchten unglaublich hell. Und was ihr hier seht, ist nicht nachbearbeitet. Das ist wirklich einfach meine Kamera drauf gehalten. Kein Color Grading, kein Nachleuchten oder sonst irgendwas. Absolut klasse. Und was ich persönlich sehr charmant finde, dass die Beobachtungsuhr B im Nachtbild deutlich ruhiger wirkt, gefällt mir fast besser als die A. Im Tagesbild mag ich die A-Variante lieber. Aber das Nachtbild der B finde ich richtig gelungen, richtig klasse. Man kann die Uhr übrigens, wie ihr hier sehen könnt, aus beinahe jedem Winkel völlig problemlos ablesen. Und ich habe ja zwei Larku-Uhren, nachdem ich eine jetzt verkauft habe. Und ich kann sagen, ich bin mit beiden Uhren sehr glücklich, was die Leuchtmasse, die Helligkeit und die Dauer betrifft. Und keine von denen hat auch nur annähernd die Leuchtmasse verbaut, die hier verbaut wurde. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Uhren auch nach drei, vier, fünf Stunden noch richtig hell und richtig super ablesbar sind. Ja, das war die Larku-Pro-Variante, die ich zugeschickt bekommen habe. Ich würde wahrscheinlich mir eine ganz andere Uhr zusammenbauen. Wahrscheinlich würde ich auf 40 mm gehen, sandgestrahlt, Typ A, ohne Datum. Ob jetzt Automatik oder Handaufzug, weiß ich noch nicht hundertprozentig mit Sicherheit. Das Standardwerk nicht verziert. Und möglicherweise ohne Logo, da bin ich noch nicht ganz entschieden. Zum einen wäre ich dann noch näher an der Original-Fliegeruhr. Zum anderen mag ich es, wenn das Firmenlogo auf der Uhr steht. Vielleicht bin ich, was das betrifft, ein bisschen ein Snob oder keine Ahnung. Auch wenn Larku jetzt nicht die Marke ist, die jeder erkennt. Aber mir gefällt das trotzdem. Auf der anderen Seite wäre eine Uhr ohne Datum, ohne Logo viel typischer für eine Fliegeruhr, als wenn das Logo draufsteht. Also da bin ich unentschieden. In diese Richtung würde es bei mir gehen, wenn ich mir eine zusammenstellen würde. Wie gesagt, die Preise in der allereinfachsten Variante 850 Euro, in der größten, komplexesten Variante 1610 Euro. Was mich anfangs gewundert hat, ist, dass die Preise steigen, je größer die Uhren werden. Das heißt, die einfachste 37mm-Variante ist billiger als die einfachste 40mm, ist billiger als die einfachste 43mm-Variante. Und auf der Watchtime hatte ich eine Chance, mit Larku darüber zu sprechen. Und die Erklärung ist relativ simpel. Die Saphir-Gläser kosten relativ viel Geld. Und je größer die Uhr wird, umso teurer wird das Saphir-Glas. Und das wird einfach in dem Preis reflektiert. Man hat ja keine Mischkalkulation gemacht, sondern jedes Modell so kalkuliert, wie die Kosten anfallen, was ich bei einem Baukasten sehr fair finde. Wer einen größeren Arm hat, mag das vielleicht ein bisschen unglücklich finden. Für die, die kleinere Arme haben, ist das eine perfekte Lösung. Und für alle, die, die einen Durchschnittsarm haben, für die ist es egal, denn sie bezahlen ja quasi den Durchschnitts-, sprich mittleren Preis. Eine Serie, die wahnsinnig viele Gestaltungsmöglichkeiten lässt. Ich habe das in einem anderen Video schon mal kritisch gesehen. Ich muss sagen, ich habe das, nachdem ich jetzt die Uhren nochmal auf dem Tisch hatte, ein Stück weit revidieren müssen, weil die Uhren einfach unglaublich gut gemacht sind, zu einem wirklich sehr fairen Preis, richtig wasserdicht. Und zudem kann ich, ohne großartig auf die Suche zu gehen, mir exakt die Uhr bauen lassen, die ich haben möchte. Und das ist etwas, was mir das Leben sehr einfach macht. Und wenn ich genau nur eine Fliegeruhr suche und haben möchte, würde ich mich wahrscheinlich an Larko wenden und sagen, baue mir die Uhr in der Variante, die ich haben möchte, dann brauche ich nicht rumzusuchen. Und vor allem, ganz wichtig, ich muss keine Kompromisse machen, sondern bekomme, was ich haben möchte, zu einer guten Qualität und einem fairen Preis. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr über Larko Pro denkt, wie ihr die hier gezeigten Uhren findet und was eure bevorzugte Variante wäre. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, Tschüss, euer Axel.